Dschungelkamp Gigi möchte Dana zu Freundin machen. Luigi Biroffio, 23, macht jetzt Nägel mit Köpfen. Es liegen turbulente Wochen hinten dem Realitistar, der Italiener versuchte sein Glück und nahm am Dschungelkamp teil. Dort öffnete sich der prominent getrennt Teilnehmer immer mehr und mehr und sprach unter anderem über sein Liebesleben. Vor der Show wurden ihm und Dana feist eine Beziehung angedichtet. Während er sich dazu bisher nicht eindeutig geäußert hatte, spricht Gigi jetzt Klartext. Auf der Ich bin ein Star, holt mich hier aus Pressekonferenz in Anwesenheit von Promi Flash ging der 23-Jährige auf die zahlreichen Gerüchte ein und stellte klar, ich werde sie fragen, ob sie meine Freundin sein wird. Anschließend fügte er mit einem Augenzwinkern hinzu, natürlich hoffe ich, dass ich bis jetzt keine Scheiße gemacht habe, das kann man auch nicht wissen. Aber ja, ich werde süß sein und sie fragen, ob sie meine Freundin sein wird. Anführungszeichen. Der erste Schritt scheint bei den beiden zumindest getan zu sein, gegenüber Promi Flash hatte Dana erklärt, dass die Gigi's Eltern bereits kennengelernt habe, beim ersten Besuch bei Gigi habe ich gleichzeitig die Eltern kennengelernt. Da sie zusammen im selben Haus wohnen. Natürlich sagt man dann auch Hallo. Sie haben mich herzlich empfangen und wir haben uns auf Anhieb gut verstanden. Anführungszeichen. Alle Infos zu Ich bin ein Star, holt mich hier raus auf RTL Plus.